Jo moin Leute! Ausrüstung auf jeden Fall am Start zum 4.11. Pünktlich gehts bei uns los. Jetzt momentan erstmal wieder Remasteredition und ja, ihr könnt gespannt sein. Ich hoffe mal, dass ich euch nicht zu viel verrate, aber dass wir jetzt auf dem Kanal wieder was bringen. Ganz unten in der Videobeschreibung endo sein Twitch-Account. Werden wir jetzt das ganze Wochenende heute und morgen, Sonntag wahrscheinlich eher nicht, online sein. Wollte ich sagen, sehen wir uns dann.